so hi freunde eskaliert hier zurück mit einem neuen video es ist krieg wir haben hier morell akura kingston und sechard in der mitte haben wir eine schöne lücke morell müsste man weg kriegen wir haben leider nicht mehr allzu viel grün aber ein bisschen haben wir noch und zwar haben wir elkanen und hier und ein da hier und dann kommt hier an die wir stellen und hier gibt es die länder die den angriff verstärkt die länder und hier stellen sicher dass er hier die 13 hat entschuldigung zack zack jawohl elkanen und almur sind schnell glenda ist mittel kirill ist mittel und heimdall ist ja kann man hier vielleicht noch ein hitter obwohl was macht denn almur macht den deathdown gegen grün oder 54 prozent gegen natur das kann ins auge gehen aber wir schauen mal unbekanntes ziel schön angriff glenda kirill das kann natürlich auch in die hose gehen so einen harten hitter habe ich nicht dabei aber wir schauen mal oder was kann man denn noch machen ja eigentlich kann man nichts anderes machen eigentlich kann man nichts anderes machen wir schauen mal ah jetzt habe ich die truppen wieder nicht umgestellt ich da pay das kann mich das game kosten das kann mich das game kosten kein grün dafür aber blau denn auf das 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 sind Cleans, aber man darf sie einfach nicht zu leicht nehmen. Langsam stelle ich fest, dass diese Teams oft overpowered sind, aber ich habe auch schon aufs Maul gekriegt bei so einem Team. Und das war's dann, Hero Kings hat sich 34 mal wiederbelebt. Jetzt schauen wir mal, ob da noch ein anderer Team übrig ist, oder vielleicht... Oh, hier ist natürlich... Bis bald, kein Heiler... Oder halt Peraxinole Und so Und das jetzt die gute So Und da Und da Auch Verstärkung Keine Ahnung Lila Da sagt Suvi ist gelb Aber Suvi ist weg Und dann Dann ist mit Lila nichts mehr Ich meine kein Konter mehr da Und Boni Entfernerin Naja okay Da wird man Ametrine mitnehmen Weil sie hat hier den üblen Dodge Und ist gebrakt Naja wir werden mal abwarten Ich bespreche das meinen wir alle Danke fürs Zuschauen Heute rein Bis dann Euer Eskaliert Er An Rain A 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